Also ich glaube, jeder, der kulturschaffend ist, ob in Wort, ob in Musik, ob in Kunst oder wie auch immer, weiß, dass das ein Knochenjob ist und dass man nicht einfach auf einer Wiese sitzt und sich irgendwas ausdenkt und dann ist da eine fertige Produktion und die lädt man mal schnell so bei Spotify hoch, sondern das ist halt Arbeit und im Zweifel sitzen da auch Leute, die haben das studiert. Moin, moin, Hamburg! Nina Graf alias Miu. In diesem Podcast geht es um Hamburger Sounds, um Corona und Stärken, die die Krise in uns weckt und darum, wie es ist, wenn man seinen eigenen Song im Supermarkt hört, während man die Zwiebeln in den Einkaufskorb packt. Aber erst einmal moin. Schön, dass ihr hier vorbeischaut oder besser hört. Das ist der Podcast vom Hamburger, dem Großformat in Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Seine Zentrale hat der Hamburger im Stellarhaus mit Blick auf die Elbe und nur einen Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt. Aber sein Blick geht natürlich weit über den Horizont hinaus. Viermal im Jahr stellt euch das Redaktionsteam, die Hamburgerinnen und Hamburger vor, die diese Stadt so besonders machen. Allesamt LeidenschaftstäterInnen und Charakterköpfe, kreative MacherInnen und Visionäre. Nicht alle von ihnen stehen im Rampenlicht, aber sie alle hätten es verdient. Einige von ihnen kommen in diesem Podcast zu Wort. Ich bin Regine Marxen, freier Autorin beim Hamburger und Podcasterin aus Hamburg und habe die große Freude, die spannendsten BewohnerInnen dieser Stadt für euch vors Mikrofon zu laden. Nina Graf, alias Miu, habe ich für dieses Interview digital getroffen. Corona sei Dank. Live habe ich die Künstlerin samt Band das letzte Mal im St. Georg Club im Hansa-Theater gesehen. Ein gut gelauntes Konzert war das, auf welchem sie ihren Popping-Soul mit ihrem bereits oft zitierten Miu-Charme in voller Gänze auf die Bühne brachte. Das war im August 2019. Wenig später veröffentlichte sie ihr drittes Album, Modern Retro Soul. Das Release-Konzert fand noch statt, dann kam Corona. Die geplante Tour fiel aus. Still wurde es um Miu trotzdem nicht. Sie wurde zu einer der Stimmen, die sich in den vergangenen Monaten in öffentlichen Diskussionen laut für die Rechte der MusikerInnen einsetzte und auf die teils prekäre finanzielle Situation von KünstlerInnen verwies. Wie hat sie sich mit ihrer neuen Rolle gefühlt? Und ist das überhaupt ein neuer Teil von Miu? Das erfahrt ihr in diesem Podcast. Viel Spaß. Das ist der Podcast vom Hamburger. Deshalb starte ich mal mit der ersten Frage. Was muss man mitbringen aus deiner Perspektive heraus als Hamburgerin, um eben eine waschechte Hamburgerin zu sein? Oh, also ich finde, es gibt sowas wie ein paar hanseatische Tugenden. Und ich finde tatsächlich, ich komme aus einer Handwerksfamilie eines Werkstattbesitzers und da zählt ein Handschlag noch. Also man zählt, man steht zu seinen Worten. Ich finde, das ist etwas sehr Hamburgisches, also etwas so Urhamburger, Urgesteinmäßiges, wenn man zu seinem Wort steht und wenn man füreinander da ist und wenn man sehr fair miteinander umgeht. Das finde ich ist sowas Hamburgisches. Wie lebst du das Hamburgische aus? Ja, ich versuche schon, das auch in meinem Umfeld immer wieder so die Fahne für sowas hochzuhalten. Das sind ja eigentlich sehr oldschoolige Sachen. Und ich finde, es hat sich nicht nur in den letzten zehn Jahren, sondern auch in unserer Gesellschaft einfach so ein wahnsinniger Selbstoptimierungszwang so ergeben. Und ich finde, der geht manchmal zu Lasten des Miteinanders. Also ich verstehe auch, dass wir alle reizüberflutet sind von ganz vielen und dass dieses auf sich selbst aufpassen ein ganz großes Thema ist. Aber ich habe schon öfter auch beobachtet, dass das eigene Wohl manchmal über ein gemeinschaftliches Wohl gestellt wird oder auch ein gemeinschaftliches Wohl, was viel besser für alle wäre und nicht nur für einen. Und ich versuche, das eben nicht zu machen. Also ich versuche irgendwie, zu meinem Wort zu stehen. Ich versuche, Leute mitzunehmen. Ich versuche, fair zu sein miteinander. Und so versuche ich das zumindest in meinem Leben mit einzuintegrieren und ein verlässlicher Partner zu sein. Bist du eigentlich eine waschechte Hamburgerin? Ja, ich bin eine waschechte Hamburgerin. Ich bin jetzt an den Rand von Hamburg gezogen vor so anderthalb Jahren. Aber was auch tatsächlich daran liegt, dass die Mieten ja absurd wahnsinnig geworden sind. Ja. Und mein Partner und ich irgendwas finden mussten, wo wir eigentlich auch zu Hause musikalisch arbeiten konnten. Oder eben eine Wohnung, die in der Nähe von einem bezahlbaren Studioplatz beispielsweise ist. Und so hat sich dann ergeben, dass wir an den Rand von Hamburg gezogen sind. Aber ich bin, ja, ich bin im Kinderkrankenhaus Altona zur Welt gekommen. Du sagtest gerade eben, du kommst ja nicht aus dem klassischen Musikerhaushalt, ne? Nee, gar nicht. Also da hat keiner Musik gemacht. Also gab es irgendwie nicht. Also mein Vater hat eine Autowerkstatt seit sehr, sehr langer Zeit. Und ja, und ich wollte irgendwann Musik machen. Also es war dann aber auch so, dass meine Eltern mir da keine Steine in den Weg gelegt haben. Die wussten nicht, wo das herkommt. Aber die haben da gesagt, na gut, also wenn sie dann halt Klavier spielen will, dann mach mal. Und das haben die erst mal eine Zeit lang auch beobachtet. Weil natürlich war dann so, okay, jetzt will das Kind Klavier spielen. Das ist ja aber ganz schön teuer, weil sowas hatte man als nicht musikalischer Haushalt natürlich nicht zu Hause. Aber ich habe dann davon nicht abgelassen. Und irgendwann haben sie dann gesagt, okay, dann schaffen wir dir ein Klavier an. Weh, du spielst das nicht. Aber das Problem hat sich nicht gestellt. Dann habe ich irgendwann immer Musik gemacht. Und in meiner Familie war das aber schon so, dass wir halt mit so einer Werkstatt und so weiter so ein Spirit fürs Selbstständigsein hatten. Und fürs eigene Sachen machen und auf eigenen Beinen stehen. Und insofern finde ich das rückblickend gar nicht so weit weg. Also natürlich ist es nicht kreativ. Wobei ich glaube, mein Vater ist oft auch kreativ im Lösungen finden. Er ist irgendwie ein absoluter Fuchs. Und alte Autos irgendwie noch fahrfähig machen, wo andere gesagt haben, das wird nichts mehr. Aber dieses Selbstständigsein und eigene Entscheidungen treffen und so weiter, das war bei uns in der Familie schon immer Thema. Du bist als Musikerin jetzt wie lange schon selbstständig unterwegs? Hast du das im Blick, wie viele Jahre das schon sind? Ja, das sind bald sieben. Also nächstes Jahr sind das sieben Jahre. Ich würde fast sagen, es sind jetzt auch schon so fast sieben Jahre, weil ich eine Zeit lang Teilzeitmusikerin und Teilzeitwerbefrau sozusagen war. Ich habe was ganz anderes mal gelernt, weil man sich auch ein Hobby nicht unbedingt kaputt machen wollte erst mal. Und eben dadurch, dass man halt im kreativen Bereich gar keine Leute kannte, fühlt sich das auch sehr weit weg an, in der Musik Fuß zu fassen. Und deswegen habe ich einen ganz soliden Beruf gelernt und fand das eigentlich auch gut, weil für mich hatte Werbung auch immer ganz viel mit Gesellschaft zu tun, mit Sprache, mit sich vor Leuten hinstellen und Unfug erzählen. Und irgendwann ist der Wunsch nach der Musik größer geworden. Und dann hatte ich so eine Zeit, wo ich schon Musik gemacht habe und aber auf Teilzeit gehen konnte, weil ich auch eine ganz tolle Agentur hatte, wo ich gearbeitet habe. Und irgendwann war das dann doch so viel mit der Musik, dass ich die Entscheidung fällen musste, ob die jetzt doch ein Stück zurücksteckt oder ob ich jetzt ins kalte Wasser springe. Und das war Anfang 2015. Also das heißt jetzt volle sechs Jahre und nächstes Jahr bin ich dann irgendwann sieben Jahre oder irgendwie so in dem Dreh. Sieben Jahre Mio? Ja, sogar schon, ja, fast sogar ein bisschen länger. Also ich glaube, Mio gibt es eigentlich offiziell seit 2013, also dann acht Jahre. Und das hat man dann so nebenbei ein bisschen gemacht und dann ist es mehr geworden. Erzähl uns, was oder wofür Mio steht. Ja, Mio steht in erster Linie für, ich glaube ganz plump gesagt, handgemachte Musik, für Songwriting, für eine Liebe zum Soul, zu warmen, alten Instrumenten, aber ohne dabei altbacken zu sein. Also ich glaube, so kann man das ein bisschen zusammenfassen. Und wir haben 2019 ein Album rausgebracht, das hieß Modern Retro Soul. Und ich glaube, das ist so der Schlagbegriff, der diesen Mio-Kosmos eigentlich auch so beschreibt. Also natürlich bedient man sich immer gewisser Elemente, die man aus dem Soul und aus bestimmten Stilrichtungen da halt auch kennt. Aber man versucht es nicht zu kopieren und man versucht halt auch nicht, altbacken zu sein und zu oldschoolig. Und deswegen kommen da auch immer mal so ein paar andere Einflüsse mit rein. Genau, aber so Autotune und so weiter wird in meiner Musik irgendwie nicht passieren. Inwiefern passt dieser Sound zur Stadt Hamburg? Ich glaube, Hamburg hat auch sehr viele, also Hamburg ist immer eine zeitgeistige Stadt gewesen, die sich immer entwickelt hat. Aber hat auch eine Liebe zum Kitsch. Also mir hat jemand mal gesagt, dass Hamburg doch ganz schön viel mit London gemeinsam hat. Und da habe ich dann irgendwann auch so drüber nachgedacht, dass sie ja eben auf eine Art und Weise stimmt das. Weil wenn man gerade so um die Alster oder Eppendorf oder halt so diese bestimmten Stadtteile geht und was man so für alte, schöne Jugendstilhäuser da noch sieht, die dann aber auch auf das brummende Leben von St. Pauli clashen, dann finde ich, dass Hamburg eigentlich alles hat, was eine Stadt braucht, um lebenswert zu sein. Und das ist ja dann auch oft so. Urgesteine an Hamburgern verlassen ja sehr selten ihre Stadt. Also die kommen oft einfach wieder, weil einfach alles da ist. Also deswegen sind Hamburger, glaube ich, auch so eitel mit ihrer Stadt. Die ziehen dann vielleicht mal so an den Rand, weil sie dann doch ein bisschen was Grünes wollen. Aber wenn sie in eine Stadt gehen, dann muss sich alles immer an Hamburg messen. Und das merke ich bei mir halt auch. Kommen wir nochmal zurück auf das Album, das du gerade erwähnt hast. Im Oktober 2019 rausgekommen. Es ist dein drittes Album gewesen. Du hast es mit Crowdfunding finanziert. 22.000 Euro sind damals zusammengekommen. Ein Projekt, nehme ich mal an, das mit viel Hoffnung und mit viel Power gestartet ist, auch mit der Power der Community, die das Ganze natürlich mitfinanziert hat. Und dann kam Corona. Es gibt einen Song auf diesem Album, da singst du über Ups und Downs. Wie viele Ups und Downs hast du denn in den letzten Wochen und Monaten erlebt? Oh Gott, ja, viele. Also es ist halt, das Doofe ist, bei den Ups fehlt das himmelhoch jauchzend. Das ist nie so wirklich himmelhoch jauchzend. Aber man hat immer mal Momente, wo man ein bisschen hofft und sich auch selbst ein bisschen wieder so sammelt. Und ich glaube zum Beispiel, was ich an erster Stelle sagen muss, ich bin sehr, sehr demütig und dankbar, dass ich das Album Ende 2019 rausgebracht habe und noch den ganzen Schwung, die schönen Momente von so einem Release in dem Jahr mitnehmen konnte. Also einschließlich eines wirklich tollen Release-Konzertes und ersten Release-Terminen, die wir gespielt haben. Das war richtig toll. Aber natürlich wäre 2020 das Jahr gewesen, wo wir ganz viel live gespielt hätten. Und da hat mich das natürlich genauso getroffen wie alle anderen Bands, Künstlerinnen auch. Und ich finde, mittlerweile hat so eine Resignation eingesetzt, weil man sich ja so lange an diesen Zustand gewöhnt hat. Und man hat das irgendwie, oder zumindest wir haben das für uns so hingekriegt, uns da so durchzuwurschteln, sage ich mal. Also auch durch, natürlich durch unsere Community, durch, wenn es mal Fördertöpfe gab, irgendwie versucht, alles Mögliche zu packen, damit man sowas anzapfen kann, damit man das überlebt, durch beweglich sein, durch neue Musik machen, durch ständig irgendwie sichtbar bleiben. Aber das ist auch ein Kraftakt. Also ich habe das Gefühl, ich bin in keinem Jahr so doll gealtert wie 2020, weil man sich so viele Gedanken gemacht hat regelmäßig und so unsicher war und so wenig in die Zukunft gucken konnte, dass das doch Spuren hinterlässt. Und insofern kann ich sagen, wir kommen irgendwie gerade zurecht und wir wurschteln uns so durch. Aber das ist natürlich auch alles ganz schön damit verbunden, dass man sich ständig irgendwas ausdenken muss, damit da halt was passiert. Und das ist echt anstrengend. Also insofern, wir hoffen ganz dringend, dass dieser Schrecken bald ein Ende hat, dass sich genügend Leute impfen und immun sind oder wie auch immer und dass man dann wieder Sachen lockern kann. Ja, weil das ist gar nicht so easy auf jeden Fall. Ich habe dich im letzten oder in der letzten Zeit trotz allem als sehr, sehr präsent erlebt. Das ist ja wirklich, du hast dich sehr engagiert. Du bist oft eingeladen worden, so habe ich es wahrgenommen, als Beobachter zu Podiums, Diskussionen und hast da immer eine sehr starke Stimme für die Musikbranche und für die Kultur gehabt. Wie ist dir das gelungen, diese Präsenz herbeizuführen? War das geplant? Nee, also so in dem Sinne geplant war es nicht. Ich glaube, für mich gab es einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, man muss doch jetzt was machen. Und das war der Moment, als es die sogenannten Soforthilfen gab. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass mein Partner und ich an den Rand von Hamburg gezogen sind. Jetzt nicht zwingend, weil wir das wollten, sondern weil es auch in der Stadt so nicht geht. Und dann kommst du dahin und siehst, okay, in Hamburg gibt es zumindest erstmal irgendwie eine Soforthilfe und dann gab es die in Schleswig-Holstein nicht. Und das konnte mir auch keiner richtig erklären. Und das war auch der Moment, wo du realisierst, okay, diese sogenannten Betriebskosten, die gelten für uns nicht. Also wir kriegen original nichts. Und wir hatten sogar zu dem Zeitpunkt, hieß es dann halt auch noch so, naja, wenn sie noch woanders wohnen könnten, dann würden sie ja vielleicht Wohngeld beantragen können. Also es war halt wirklich eine Farce. Und das war der Punkt, wo ich viel auch mit dem Landesmusikrat in Schleswig-Holstein zu tun hatte, weil die natürlich auch sich, die wollten irgendwie eine Sichtbarkeit schaffen für die kulturelle Situation. Und da hatte ich irgendwie so ein, zwei Worte, nur so ein paar kleine Absätze da so hingeschickt. Und auf einmal war ich auf der Titelseite von der Schleswig-Holsteinischen Zeitung und da stand dann irgendwie die Verlierer der Corona-Krise als Titelblatt. Und das habe ich zum Anlass genommen, einen offenen Brief zu schreiben, den ich auf meiner Facebook-Seite gepostet habe. Und wo ich versucht habe, die Situation aufzudröseln, warum sie so komplex ist und warum es so unfair ist und warum wir eine Antwort auf das Thema brauchen. Und ich glaube, dadurch, dass ich generell jemand bin, der viel nachdenkt und vielleicht auch noch einen anderen beruflichen Background hat, der jetzt nicht nur so kreativ, sondern auch ein bisschen kaufmännisch war und strategisch, dass ich das gut hingekriegt habe, die komplexen Themen so darzustellen, dass sie differenziert sind, aber auch nicht polemisch. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig in diesen ganzen Diskussionen, dass man da so mit Stammtischparolen nicht weiterkommt. Die will ich auch von meinem Gegenüber nicht haben. Und das ist dann so gekommen, dass ich irgendwie eine Stimme oder eine Vertretung als Vertretung wahrgenommen wurde für einige aus meiner Szene. Und da wurde ich zu immer mehr Diskussionen eingeladen und ich habe halt auch keine Angst. Also wenn jetzt da ein Politiker sitzt und der erzählt mir irgendwas oder versucht etwas teilweise schöner auszudrücken, was ja dann doch bei allem Respekt für die Politiker eher so eine Berufskrankheit ist, dann sage ich, dass es nicht stimmt. Also da, weil ich habe nichts zu verlieren. Ich bin genau dafür da. Und bei allem Respekt und aller Höflichkeit möchte ich sowas dann richtig stellen. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich viel eingeladen wurde. Ich habe auch gemerkt, dass das eine Seite in mir ist, die mir auch wichtig ist. Also weil ich glaube, mit der Kulturkrise gerade und ich benenne das jetzt so, droht uns ganz viel kaputt zu gehen. Und ich finde immer wieder wichtig, wenn man im Internet so viel Kultur für Minimalses oder gar kein Geld bekommen kann, dass man immer wieder sagen muss, da sitzen Leute hinter, die das machen. Also und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Aufgabe. Das dürfen wir nicht vergessen, weil sonst können wir nicht begünstigen, dass wir Kultur in Qualität erleben oder wir hobbyisieren das ganze Thema. Und das wird dem Beruf nicht gerecht. Also ich glaube, jeder, der kulturschaffend ist, ob in Wort, ob in Musik, ob in Kunst oder wie auch immer, weiß, dass das ein Knochenjob ist und dass man nicht einfach auf einer Wiese sitzt und sich irgendwas ausdenkt und dann ist da eine fertige Produktion und die lädt man mal schnell so bei Spotify hoch, sondern das ist halt Arbeit. Und im Zweifel sitzen da auch Leute, die haben das studiert. Und das verdient genauso viel Respekt und Gehalt wie jeder andere Beruf auch. Und nur weil einem etwas Spaß macht oder weil es zur Freude beim Publikum führt, heißt das nicht, dass man das nicht bezahlen muss. Und das ist, glaube ich, so meine Überzeugung und dafür brenne ich auch so ein bisschen. Das war eine große Diskussion ja auch in den Medien, in den sozialen Netzwerken, als es losging mit den Konzerten, den digitalen Konzerten, die dann ja doch größtenteils for free für die Leute gestreamt worden sind. Ist das richtig? Ist das falsch? Du bist ja sehr schnell auf die Bezahlseite gewechselt, ne? Und das doch sehr erfolgreich, oder? Ja, also ich habe das, wir haben ein Konzert gemacht, das am Anfang bei Carotunes, das war auf Spendenbasis. Aber da haben wir uns gar nicht so viel, so doll im Kopf gemacht, weil ich weiß, und das ist auch so das Ergebnis von echt langer Arbeit, dass wenn meine Mio-Fans am Start sind, dann wissen die, dass das Geld kosten muss. Also ich stelle mich jetzt auch nicht auf die Bühne und mache so den Zeigefinger und erzähle so, ja, aber öh, sondern das geht einfach darum, dass man mit Wertigkeit auftritt, dass man sein Publikum nicht über den Tisch zieht, ne? Also wenn die halt Eintritt dafür zahlen, dann kriegen die halt auch was und dann steht da auch eine Band auf einer Bühne und die kriegen auch hier mal ein tolles Solo und das sind gute Leute und wenn ich Merch mache, dann ist das nicht der billigste Müll, sondern dann macht man sich Gedanken dazu und ich glaube, das sind so kleine Signale, die man über Jahre aufgebaut hat und das sind tatsächlich, ja, auch die Werte, die uns jetzt gerade so ein bisschen durch die Krise so durchwieseln lassen, dass wir Gott sei Dank noch nicht auf Grundsicherung und ähnliches angewiesen waren. Aber ja, also insofern, ich finde das total, total wichtig, das irgendwie immer nach oben zu halten und bei den Streaming-Konzerten ist das so gewesen, das erste war auf Spendenbasis und das lief gut und zu Weihnachten habe ich ein kleines Konzert so gemacht, um auch auszutesten, ob ich das mit Band auch hinkriegen könnte und das lief auch super und dann haben wir ein drittes im März gemacht und das lief richtig toll. Also das hat uns jetzt auch ein bisschen durchs Frühjahr geholfen, das muss man sagen oder beziehungsweise finanziert gerade eine kleine Produktion halt auch so mit, dass wir noch eine EP machen können. Wo holst du denn die Energie her, das zu bewältigen? Ach, das ist ganz schwer zu sagen. Wo hole ich die Energie her? Das frage ich manchmal selber. Also ich habe da gar nicht so eine konkrete Antwort drauf. Ich versuche, das hätte ich vor ein paar Jahren gar nicht so gesagt, aber ich glaube, Sport ist eine ganz wichtige Sache. Also rauszugehen und ein bisschen Bewegung zu haben und auch mal nichts auf den Ohren, einfach mal nur durch den Wald zu latschen. Das ist ganz wichtig. Also ich glaube, man muss sich immer irgendwie einen Ausgleich schaffen. Ich glaube, ich habe ein soziales, gesetteltes Umfeld. Das macht auch eine ganze Menge aus bei mir. und habe einen Haushalt, in dem ich sehr glücklich bin. Und dann versucht man natürlich, diese Themen irgendwann kreativ wieder umzulenken. Also ohne, dass man jetzt eine Corona-Herzschmerzplatte macht. Aber man macht sich ja doch ganz schön viel Gedanken einfach, weil in dieser Welt so viel los ist und passiert. Und wenn man dann daraus was Schöpferisches macht, dann kann man da auch wieder was draus ziehen. Also das merke ich. Und ja, dann habe ich eine Katze, die macht mich auch sehr glücklich. Das sind so die kleinen Dinge im Leben, aber die braucht man. Die muss jeder irgendwie für sich finden. Und wenn ich einfach nur vom Fernseher hänge und eine Serie oder so gucke, dann stricke ich mir ab und zu einen Pulli dabei. Das ist so auch meine Form von Yoga. Sehr, sehr schön. Du sagtest gerade eben Energie umlenken, gutes Stichwort. Du hast ja während der Krise auch ein Kulturgut wieder erschaffen, nämlich die Corona-Tapes. Ja. Die kann man für schlappe 5 Euro, das ist wirklich sehr günstig, downloaden. Und man kann sie, und das finde ich bemerkenswert, auch auf Kassette kaufen. Ja, es sind ja auch Tapes. Deswegen haben wir gesagt, die gibt es auch auf Kassette. Das ist natürlich ein Gag und da ist auch ein Download-Code dabei, weil ja gar nicht mehr alle so Tape-Decks haben. Aber das war direkt am Anfang zur Krise, als wir noch gedacht haben, naja, im Sommer ist wieder alles normal. Und dann, ja, dachten wir, okay, wir nutzen die Gunst der Stunde und hatten eh so ein bisschen im Kopf, dass wir mal so eine kleine Party-Funky-EP machen wollten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. Und das waren auch so Lockdown-Themen. Also da ist dann halt so ein eher zum Beispiel kitschiges Jazz-Balladen-Lied drauf, das heißt Stuck und geht aber auch so ein bisschen darum, dass man diesen kleinen goldenen Käfig ganz gut findet, weil man dann doch wieder mehr Zeit miteinander verbringen kann. Und wir wollten das damals noch ein bisschen mit dem Augenzwinkern betrachten. Heute wäre das wahrscheinlich nicht so. Aber ich finde, dass die EP eigentlich immer noch ganz lustig geworden ist. Und da der Lockdown im Prinzip für uns noch andauert, arbeiten wir gerade an den zweiten Corona-Tapes. Die werden dann nicht so funky, sondern das wird eher so eine erdige Akustik-EP, also sehr folkig, viel Akustik-Gitarre, relativ reduziert. Und dafür gehen wir dann halt nächste Woche ins Studio und gucken mal, was so passiert. Das heißt, wenn ich mir die Corona-Tapes beide Teil 1 und Teil 2 anhören werde, werde ich die Stimmungslage von Nina Graf und ihrem Team erleben in den letzten Monaten. Ja, auf eine Art und Weise bestimmt. Also ich glaube, die Folk-EP, die hat weniger mit dem Lockdown oder mit den Themen zu tun, als zum Beispiel die Corona-Tapes 1, sag ich dann mal. Aber es ist, glaube ich, eine sehr, also schon seicht angenehm, kann man gut zu Hause hören, wenn man Homeoffice macht, würde ich sagen. Oder vielleicht auch ein bisschen rumdancen möchte. Rumdancen kann man auch. Disco für Herz und Körper. Du hast viele Standbeine. Wenn man auf deine Homepage geht, heißt es, hallo, ich bin Nina alias Miu, Musikerin, Songwriterin, Marketingprofi, Labelchefin, Aktivistin, Speaker und aktuelles Vorstandsmitglied bei rockcity.v. Das führt mich zu der Frage, welches dieser Standbeine denn dein Stärktes ist und welches dich durch das Leben bringt. Das ist tatsächlich doch die Musik. Also das ist immer noch, also das ist die Musik, aber alle anderen Ausprägungen gehen damit Hand in Hand. Also Songwriting und Musik machen ist natürlich das eine, aber ich muss natürlich auch ein bisschen mein eigenes Label sein und dadurch bin ich dann auch Labelchefin geworden und ich habe in der Werbung so viel gelernt, was eigentlich fürs Musikmachen oder fürs Musik nach vorne bringen auch sinnvoll ist, sodass sich das da irgendwie immer, da haben sich irgendwie so wie ein Spinnennetz immer weitere Netze ergeben und ja und irgendwann kam dann wie im letzten Jahr das ganze Thema Kulturpolitisierung noch ein bisschen hinzu und ich freue mich, dass das auch einen größeren Stellenwert einnimmt, weil ich natürlich immer noch so ein bisschen die Hoffnung habe, dass man ein paar Leute damit erreicht, denen man nochmal was mitgeben kann oder wo man was bilden, also ausbilden kann sozusagen in dem Bereich, der uns Kulturschaffenden natürlich allen noch ein bisschen mehr bringt. Aber genau, also Musik machen ist immer noch das Größte und alles andere kommt immer mal so von Zeit zu Zeit. Du bist ja, wir haben es erwähnt, auch Vorstandsmitglied bei Rockcity.vp. Die setzen sich ja sehr für die musikalische Szene ein und auch sehr stark für die MusikerInnen dieser Stadt, zu denen du ja nun mal auch zählst. Aus deiner Sicht daraus, ist Hamburg eine gute Stadt für eine Musikerin? Ja, und es gibt Verbesserungspotenzial. Also da bin ich jetzt insofern kritisch. Ich glaube, Hamburg hat alles, was man braucht, um eine super Musikstadt zu sein. Also wir haben eine florierende Clubkultur, ganz verschiedenen Genres. Wir haben tolle Stadtteile, die auch unterschiedlich sind. Ich finde, wir haben ein tolles Publikum. Also es gibt ja auch Städte, wo man sagt, ah, das ist nur Studentenpublikum oder wo man sagt so, alle Leute unter 40 ziehen da weg. So, dann ist man da schon ein bisschen eingeschränkter, je nachdem, was man für eine Musik macht. Und deswegen finde ich Hamburg, was das angeht, super. Aber es gibt halt auch immer noch Möglichkeiten, Sachen besser zu machen. Also es gibt halt bestimmte Clubs in nur bestimmten Größen. Das heißt, es ist für manche Singer, Songwriter oder manche MusikerInnen schwieriger Fuß zu fassen. Ich finde, und das gilt jetzt auch nicht nur für Hamburg eigentlich, also wenn man jetzt über sowas wie eine Kulturkrise spricht, dass es ein Mindesthonorar geben müsste ab dem Moment, wo jemand professionell auf einer Bühne steht und was macht. Also wenn ich dann überlege, dass ein studierter Jazzmusiker irgendwie mit 50 Euro nach zwei Stunden irgendwie Auftritt nach Hause geht, dann finde ich das nicht richtig. Und ich finde, um eine wirklich gute Musikstadt zu sein, könnte man da sowas noch doller fördern oder noch mehr ein Statement dafür setzen. Aber ansonsten finde ich, dass Hamburg eigentlich richtig viel hat und dass da ganz viel geht. Insofern ist das schon alles super. Auch Verkehrsanbindung, das sind ja auch so ganz schnöde Sachen. Aber wenn du einen Club hast und da kommt keiner hin, ist auch doof. Und das funktioniert in Hamburg eigentlich schon ziemlich gut. Luft nach oben ist ja immer. Und du siehst das vor allen Dingen, wie ich das mit diesen, in diesen Gehaltsgeschichten, in den Honorargeschichten. Wer kann denn da wie ansetzen? Ist das eine politische Aufgabe? Oder ist es da nicht am Ende der Fan, der sagen muss, ich gehe da nicht um, sonst sind natürlich zahlig. Ich glaube, das geht Hand in Hand. Also weil natürlich ein Club, der privatschaftlich organisiert ist, der muss ja auch irgendwie hinkriegen, dass das Ding läuft. Aber natürlich kann die Politik sowas unterstützen und Rahmenbedingungen schaffen, dass zum Beispiel Gagen aufgestockt werden. Aber letzten Endes liegt natürlich auch immer die große Verantwortung, beim Publikum selbst Kultur zu fördern und auch am Leben zu halten. Das geht damit los, dass man sich vielleicht doch mal einen Download eher kauft, als nur streamt. Oder wenn man ihn streamt, dass man ihn bitte so häufig streamt, dass sich das halt auch zeigt oder dass man wirklich viel Musik teilt und darauf aufmerksam macht. Das sind oft auch so die kleinen Dinge, die gar nicht viel kosten oder überhaupt nichts. Aber wenn ich möchte, dass eine Band bekannt wird oder auch Reichweite hat, dann kann ich schon irgendwie dafür sorgen, dass sich sowas verbreitet. Und das haben wir zum Beispiel bei uns bei dem Crowdfunding gesehen, wenn erst mal so eine Bewegung und so ein Spirit da ist, dann geht erstaunlich viel und wir waren ehrlicherweise gar nicht so viele. Also das war jetzt nicht, dass da, also man hat das aber trotzdem geschafft. Auf einmal waren wir in den Charts und ich habe am Ende gar nicht das Gefühl gehabt, dass das nur mein eigenes Erfolgserlebnis war, sondern halt auch von allen Leuten drumherum. Und das ist natürlich auch eine schöne Erfahrung. Und wenn man das als Fan, als Musikfreundin noch ein bisschen bewusster mitmacht, ist das natürlich auch eine super Geschichte. Erinnerst du dich eigentlich noch an den Moment, als du zum ersten Mal einen deiner Songs im Radio gehört hast? Oh ja, das ist auch schon eine ganze Weile her. Ich glaube 2014 war das, da haben wir einen unserer ersten Songs im Radio gehört. Oder ich wusste, dass der gespielt wird. Und dann haben wir alle Leute angerufen und dann mussten alle zu dem Zeitpunkt, glaube ich, NDR 2 hören. Das war ganz wichtig. Es war cool. Ich saß auch gebannt vorm Radio. Ich kannte das Lied ja auch. Also das ist eigentlich der lustigste Moment. Man sitzt dann da und denkt so, ja, ich kenne das Lied doch. Ich habe das ja aufgenommen. Aber es ist auf einmal doch was anderes, wenn es aus dem Radio kommt. Und das ist ganz toll. Also ich habe das manchmal noch. Einige unserer Songs laufen in so ein paar Supermarktradios. Und wenn man dann irgendwo einkaufen ist und dann kommt unser Lied und ich stehe dann irgendwo beim, weiß ich nicht, Gemüse, Suppen, sonst was, Regal, freue ich mich einmal kurz. Also es sind auch Momente, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Das ist toll. Von außen kann ich sagen, ich würde es mir glamouröser vorstellen, als irgendwie eine Zwiebel einzupacken in den Einkaufswagen und dabei den eigenen Song im Radio zu hören, im Supermarkt. Also mir hat neulich jetzt jemand erzählt, einer unserer Freunde, der hat auch unseren Song, einen unserer Songs gehört. Und er hat gesagt, das war die Überleitung von Nickelback zu Michael Bublé. Und da habe ich gesagt, da würde ich mich stilistisch auch immer einordnen. Nein, also es ist schon ganz lustig. Aber es ist, ach so glamourös, das Musik machen ja gar nicht. Ich finde dann wirklich, das Live spielen und das auf der Bühne sein, das ist ja ein Event. Wenn das Licht toll ist, wenn die Schuhe glitzern, wenn alle sich schön angezogen haben, wenn die Leute da sind. Das ist für mich viel glamouröser, als irgendwo im Radio vor dem Wetterbericht zu sein. Aber auch das ist der Moment, für den man eigentlich so lebt. Es sind halt so viele, Kleinigkeiten sind es ja nicht, aber es sind so viele unterschiedliche Momente, durch die man dann wirklich viel zurückkriegt. Wie stark ist die Live-Vermissung derzeit von 1 bis 10? 30. Sehr doll. Also ich hatte im Januar eine Phase, wo ich doch ganz schön durchhing und das für mich nicht so richtig einordnen konnte, woran das lag und wollte oder konnte mir auch, glaube ich, gar nicht so eingestehen, weil mir die Begründung zu plump war, zu sagen, ja, das liegt bestimmt an Corona, Krise, äh. Und dann haben wir uns im März für drei Tage natürlich getestet und so weiter mit der Band getroffen, um das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit, seit irgendwie sieben Monaten mal wieder zu proben und uns aufzufrischen, weil wir ein Streaming-Konzert halt in Aussicht hatten und da ist mir dann halt wirklich klar geworden, okay, das liegt doch irgendwie daran. Also weil da war dann der Moment, wo ich dachte, dieses Zusammenkommen zum Musikmachen, das Ganze drumherum, das fehlte und wir haben letzte Woche bei einem Modellversuch sozusagen in Schleswig-Holstein ein Konzert vor sage und schreibe 20 echten Menschen gespielt und da habe ich dann auch wieder gemerkt, wie doll das einem fehlt, dass man halt auch nicht nur in ein schwarzes Loch von so einer Streaming-Kamera spielt, sondern dass da Menschen sind, dass man in Gesichter gucken kann und das fehlt schon wirklich sehr. Und wenn es auch nur 20 sind, was war dein größtes Konzert, das du bisher gespielt hast live? Ähm, ich glaube, das sind so zwei Sachen, ich muss, also einmal wirklich das richtig größte eigene Konzert, das war in der Elbphilharmonie, da haben wir vor 2000 Leuten gespielt und dann haben wir auch schon mal auf sowas wie dem Hafengeburtstag auf der NR-Bühne gespielt und da kann man die Leute ja gar nicht zählen. Also da guckt man ja einfach durch und das wird ja auch über so große Screens dann so übertragen. Das sind bestimmt schon so 5000 gewesen. Also es war schon gut. Natürlich auch ein paar Leute, die einfach nur vorbeigehen und sich eine Wurst holen, aber das war trotzdem super. Wir gucken uns Mio als Projekt an und wir gehen davon aus, dass wir voll durchgeimpft irgendwann mit Ende des Jahres wieder durchstarten werden. Wo will Mio dahin? Mio arbeitet jetzt gerade in Ruhe an einem neuen Album. Also wir schreiben gerade ganz viel und genau, treffen uns auch mal mit unterschiedlichen Co-Writern, weil ich ein großer Fan davon bin, auch mal andere Ideen, also man ist ja dann immer so in seinem eigenen Sud und wenn irgendjemand kommt und was Frisches so reinbringt, dann finde ich das immer super und deswegen werden jetzt gerade einfach fleißig Songs gesammelt und natürlich auch wohlwissend, dass man ehrlicherweise das ganze Pandemie-Geschehen so ein bisschen abwartet und dann würde ich wahrscheinlich nächste Woche, äh nächste Woche, nächstes Jahr irgendwann mal anklopfen und sagen, hier ist eine neue Platte. So, das ist sozusagen der Plan und dann schauen wir mal von da aus weiter, wie es weitergeht. Also ich, ähm, eine große Liebe für, für Streicher und alte, oldschoolige Streicher-Arrangements, ähm, die so ein bisschen kitschig Hollywood-mäßig sind. Vielleicht passiert sowas auch irgendwann mal, aber erst mal schreiben wir gerade an so einer typischen groovigen Mio-Platte. Ganz klassische Frage gegen Ende, mit wem würdest du denn gerne mal zusammenarbeiten? Kann ich sofort beantworten, das ist der Produzent und Gitarrist von den Black Keys. Dan Auerbach heißt er. Und, äh, mit dem würde ich, das ist so ein Traum von mir, würde ich, würde ich mir sonst was für ausreißen, um mit dem zu arbeiten. Finde ich ganz toll. Oder auch Danger Mouse. Wir haben auch beide schon zusammengearbeitet, haben so ähnliche Sachen, ähm, aber das ist, glaube ich, so, könnte ich, könnte ich sofort sagen, mit wem ich arbeiten will. Du sagst, du hast keine Angst. Hast du schon angeklopft? Nee. Das ist ja auch so gemeint, das darf man ja leider nicht vergessen, dass, äh, das Musikbusiness dann doch von so ein paar, ich sag jetzt mal, Kniggeregeln, äh, geprägt ist. Und wenn man für die in der Sicht, die sind ja wahnsinnig bekannt, wenn man noch so ein Nobody ist, kann man ja schlecht irgendwie so hinschicken und sagen, hallo, ich würd gern mal, weil der kriegt ja wahrscheinlich auch tausende Anfragen. Aber vielleicht kommt irgendwann der Moment, weiß man ja nicht. Also, ich, äh, schließe das nicht aus. Es ist sehr unwahrscheinlich, aber es kann natürlich passieren. Dann wissen wir, was auf uns zukommt. Wir wissen, du verschwindest ab Sonntag sowieso wieder ins Studio. Ich wünsche dir da eine ganz, ganz tolle, kreative Zeit. Dankeschön. Nina Graf, alias Mio. Eine starke Frau. Ich persönlich mag es, dass sie auch über sie selbst lachen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch in Zukunft von ihr hören werden. Mit Musik, Band und dem ganzen Glitzer-Rundum-Paket, das sie verdient hat. Ich freue mich darauf. Und dass ihr heute zugehört habt, darüber freue ich mich auch. Wenn ihr mehr HamburgerInnen dieses Kalibers kennenlernen möchtet, schaut doch mal in unser Magazin herein. Mehr Infos findet ihr unter www.derhamburger.info. Dort könnt ihr auch den Newsletter abonnieren, der euch nicht nur bestens über das informiert, was die umtriebigen HamburgerInnen in dieser Stadt so auf die Beine stellen, sondern euch mit Sicherheit ein Lächeln aufs Gesicht zaubern wird. Und jetzt? Zeit fürs Schlusswort. Danke an Mio für ihre Zeit und auch an Stefan Enrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt. An Laura Matamoros für ihre digitale Unterstützung und an das gesamte Hamburger Team für immer neue Ideen und Stories. Das sind, nur so am Rande, auch alles echte ÜberzeugungstäterInnen. Hashtag Print lebt. Ich sag tschüss und wir hören uns.